Dieser Mann taucht in einem der größten Finanzskandale der jüngeren Geschichte Deutschlands auf. Bei Wirecard haben 1,9 Milliarden auf ausländischen Treuhandkonten gereicht, um das Kartenhaus einstürzen zu lassen. Hier wurde die Bilanzsumme um fast 4 Milliarden Euro überzogen. Doch wird es ein Typ von ganz unten an die Spitze eines deutschen Traditionskonzerns geschafft? Warum hält man ihn für den Drahtzieher hinter dem Skandal? Oder doch eher die tragische Personifikation des German Dreamsters, der es von unten nach ganz oben geschafft hat und nun Opfer äußerer Umstände wird? Es ist das Jahr 1973. Chef Ted Kana wird in Österreich als Sohn türkischer Gastarbeiter und als einer von sieben Kindern geboren. Seine Eltern sind fleißig, aber dennoch reicht das Geld oft nicht aus. Er erkennt früh, dass er mehr will im Leben. Viel mehr. Er schafft es aufs Gymnasium und macht dort sein Matura, also zu deutsch sein Abitur. Als nächstes macht er etwas, dass wohl wenige Leute dies zu was bringen gemacht haben. Er schließt sich der sozialistischen Jugendorganisation Österreichs an. Seine Hoffnung? Einen der größten Finanzskandale der jüngeren Geschichte Deutschlands auszulösen. Nee, Spaß. Natürlich für sich und seine Familie eine bessere Zukunft zu erreichen. Joa, funktioniert natürlich nicht. Ist nämlich viel zu wenig kapitalistisch, diese Organisation. Außerdem erkennt Kana früh, dass man Probleme viel einfacher durch Unternehmertum beheben kann, als durch endlose politische Debatten. Und deshalb tut er das einzig Richtige. Er beginnt BWL zu studieren. Hungrig nach Erfolg gründet er schon im Studium sein erstes Unternehmen. Call & Logistics Centers, kurz CLC. Der Name ist Programm. Im Grunde genommen betreibt er ein Callcenter. Zum Beispiel der Telefon ausgerufen. Es gibt ja damals noch kein Bad oder Chat-GPT. Das heißt, irgendeiner muss einem ja sagen, wo man aufbeuteln kann, wenn man beispielsweise in der neuen Stadt ist. Es folgt eine massive Übernahme eines Wettbewerbers und bam, keiner schafft es 2001, die CLC AG an die Wiener Börse zu bringen. Das sind nur drei Jahre seit Gründung und somit offiziell krass. Weitere drei Jahre später wird es noch einmal krasser. Das Ding ist insolvent. Umsatzeinbrüche, Großkunden, die wegfallen, Ausbleiben öffentlicher Förderung, gescheiterte Gespräche mit Investoren, das übrige Zeug also. Gut, ich meine, so ein Callcenter im 21. Jahrhundert, ja, hätte man sich irgendwie denken können, dass das sich ewig überlebt. Zeit, was Richtiges zu machen. Und Zeit, Deutschland und der Welt zu zeigen, was in ihm steckt. Und in welcher Branche geht das wohl besser als in der Immobilienbranche? Dafür gründet Kala eine Immobilienholding namens Level 1. Der Plan ist eigentlich recht simpel. Günstige Hochhausketten der ehemaligen DDR kaufen und über solide Mieteinnahmen für Cash Cow weiterentwickeln. Joa, an sich ein stabiler Plan, es gibt nur ein Problem. Um die günstigen Immobilien zu kriegen, braucht er massiv Geld. Und das läuft in dem Geschäft über Kredite, also über Schulden. Als nun gestandener Unternehmer klappert keiner die ganzen Banken ab, um einen Partner für sein Projekt zu finden. Es ist nicht einfach, aber tatsächlich findet er Banken, wie die Credit Suisse, JP Morgan und Burst Stearns, den großen Teil der Liquidität für Level 1 Wohnungen bereitstellen. Und das Geile dabei ist, dass viele Kredite über sogenannte Subprime Mortages laufen. Das ist ein neues Finanzprodukt, bei dem Kala die Sicherheiten der Kreditverträge zu einem neuen Finanzprodukt bündelt und diese dann als Wertpapier auf dem Kapitalmarkt weiterverkauft. Ja, müsst ihr nicht verstehen, ist komplett egal. Einfach wie genial. Wir schreiben das Jahr 2004. Ja, blöd nur, dass genau diese Produkte die Finanzkrise 2008 mit ausgelöst haben, weswegen sie auch als Subprime Mortage-Krise bekannt ist. Wohnungs- und Immobilienpreise stürzen in die Tiefe. Schlecht für die, die viele Wohnungen oder Immobilien besitzen. Level 1 hat 2009 ca. 20.000 Wohnungen im Bestand und muss mit ca. 1,5 Milliarden Euro Schulden Insolvenz anmelden. Die größte deutsche Immobilienpleite seit 1994. Auch Kala muss diesmal bluten. Sein Anwesen in London Mayfield für 20 Millionen Pfund wird liquidiert. Von ganz oben als internationaler Unternehmer, der zwischen London, New York und Monaco jettet, jetzt wieder ganz unten, quasi von der Skyline zum Bordstein zurück. Er nimmt sich erstmal ne Auszeit, um das alles Revue passieren zu lassen. Aber kann jemand wie er wirklich aufhören? Er hat seine Hellengeschichte noch nicht erfüllt. Sein spektakulärer Wiederaufstieg und Wiederfall stehen noch bevor. 2012. Kala kauft über seine Familienstiftung, die er schon vorher gegründet hatte, um im Fall einer, nennen wir es, plötzlichen Insolvenz nicht alles zu verlieren, die Beteiligungsfirma Mezzanin 9 oder IX, egal, Investors. Wie der Name erraten lässt, ist diese Firma ne Art Muttergesellschaft, die Anteile an anderen Firmen hält. Eine dieser Tochterfirmen ist eine ganz bestimmte im Immobilienbereich. Interessanterweise verkauft Kana die Anteile dieser Immobilienfirma an alte Geschäftspartner aus den Tagen von Level 1, also seiner alten Firma, an seine Frau und den Bruder seiner Frau. Jeder hält nun Anteile an dieser besagten Immobilienfirma, richtiges Familienunternehmen quasi. Aber um welche Firma handelt es sich? Die deutsche Adlergruppe. Gut, was zur Hölle ist die Adlergruppe? Was macht die? Die Frage müsst ihr uns erstmal beantworten, um zu verstehen, warum diese in Kanas Leben so relevant ist. Nun, die Adlergruppe ist ein deutsches Traditionsunternehmen, welches schon seit über 100 Jahren existiert. Der Familienbetrieb wird im späten 19. Jahrhundert gegründet und ist eigentlich ein Spezialist für Fahrzeuge und Maschinen. Dann ist viel Krieg und hin und her und ein gewisser Max Grundig steigt mit in die Firma ein. Das ist der Typ, der die Radios eurer Omas und Opas gebaut hat. Und die Adlergruppe baut ab da an nur noch Büromaschinen. Wie ist aber daraus ein Immobilienkonzern geworden? In den 90ern wurden immer mehr Firmenanteile an Immobilieninvestoren verkauft und die Adler wurde Stück für Stück zu einer Immobiliengesellschaft. Seit 2002 heißt es dann noch Adler Real Estate. Also etwas war es zu den Kernkompetenzen von Kana Pass. Und ab hier beginnt das Big Boy Business. Jetzt werden die dicken Immobilienprojekte entwickelt. Heidelberger Technologiepark, Frankfurter Börse, Aerial Center Frankfurt am Main und so weiter. Angekommen im 21. Jahrhundert, investiert Adler vor allen Dingen in große Bauprojekte. Als Kana über seine Stiftung im Jahr 2012 investiert, setzt die Adlergruppe, damals noch Adler Real Estate AG, einen neuen Fokus. In Hamburg-Altenor zum Beispiel kauft die Adlergruppe 2016 die ehemalige Holzenbrauerei für ungefähr 150 Millionen Euro. Auch in anderen Großstädten tätigt Adler solche Investments, in Berlin, Düsseldorf oder Leipzig. Doch Kana ist ja diesmal nicht in einer Führungsposition. Wir erinnern uns nämlich, ihm wird lediglich eine Firma, welche Anteile an Adler hält. Das operative Geschäft übernehmen hier andere. Auf dem Papier ist er lediglich in beratender Funktion tätig. Er wirkt mutmaßlich als Mittelsmann, als Bindeglied zwischen Adler und einem anderen deutschen Finanzgiganten, der Aggregate Holding. Die Aggregate Holding ist der Hauptinvestor der Adlergruppe und hat somit ein großes Mitspracherecht bei allen strategischen Entscheidungen. Und ratet mal, wer auch hier Mitglied des Advisory Boards ist und es somit auch nicht wild wäre anzunehmen, dass er von dieser Macht hätte Gebrauch machen können? Ja, richtig, Chef der Kana. Mit seiner einflussreichen Position in der Aggregate Holding und als Schlüsselaktionär über Mezzanin durch sein Umfeld hätte Kana in dieser Position theoretisch die Möglichkeit, viele Entscheidungen stark zu beeinflussen. Er hat es also geschafft, die Führung eines deutschen Traditionsunternehmens zu übernehmen oder offiziell an der Spitze zu stehen und somit aus der direkten Schusslinie fernzubleiben. Und während dieser Zeit floriert das Geschäft der Adlergruppe. Reise in den Großstädten explodieren und jeder scheint Geld mit Immobilien zu verdienen. Scheint so, als ob Kana und der Rest der Führung einen guten Job macht. Man muss auch noch erwähnen, dass die Adlergruppe öffentlich jegliche Geschäftsbeziehungen zu Herrn Kana widerlegt. Wie sagt man so schön? More money, more problems. Dass Adlers Geschäftspraktiken nicht ganz normal zu sein scheinen und auch das Aufsehen von Experten erregen, war nämlich nur eine Frage der Zeit. Aufgefallen ist es diesem Mann im Herbst 2021. Das ist Fraser Pering, ein Short-Seller aus England. Für alle von euch, die damit nichts anfangen können, er und seine Firma spekulieren auf fallende Aktienkurse. Auch beim Wirecard-Skandal war er gefragter Experte und warnte die deutsche Finanzaufsicht. Und bei einem Blick auf die Adlerbilanzen erkannte er wieder ein Muster. Der Adlergubrifft davor, die Bilanzen dermaßen aufgebläht zu haben, dass da inzwischen nichts mehr als heiße Luft drin ist. Und jetzt aufgepasst, so soll das angeblich funktionieren. Als erstes kauft ihr ein fettes Grundstück. Dann versprecht ihr euren Käufern und Investoren attraktive Wohn- und Gewerbeflächen. Das reicht euch aber nicht, ihr wollt den Wert der Immobilie so schnell wie möglich steigern, da ihr euch von der Bank so noch mehr Geld leihen könnt und immer mehr Projekte gleichzeitig finanzieren könnt. Jetzt zwingt ja euren Käufern immer mehr Umbauprojekte und Planungsänderungen auf. Das treibt die Grundstückspreise dann in die Höhe und fertig sind die Scheinwerte. Okay, ihr merkt schon, ganz so einfach ist das nicht. Und natürlich auch zum gewissen Grad illegal. Spätestens hier haben Leute dann von einem Schneeballsystem geredet. Und keiner soll angeblich durch sein Netz im Hintergrund der Drahtzieher solcher Aktionen sein. Keiner bestreitet natürlich seinen Einfluss, aber seine direkte Connection über Aggregate und seine indirekten Kontakte über die Beteiligung seines Umfelds über Mezzanin werfen dann natürlich Fragen auf. Hinzu kommt, das Geschäft mit den Umbauversprechen und Planungsmaßnahmen war nicht nur so teuer, sondern wegen der immer höher ausgewiesenen Preise auch extrem spekulativ. Zum Beispiel das ehemalige Holstengelände stand teilweise mit 366 Millionen Euro in den Büchern. Das ist mehr als das Doppelte des Kaufpreises noch vor ein paar Jahren und dafür bekam man eigentlich nichts außer eine riesige Baustelle. Denn stutzig werden Käufer und Gläubiger meist erst nach einer Weile, wenn es auf den Baustellen still bleibt und Handwerker und Baufirmen ihre Rechnungen nicht ausbezahlt bekommen, wie es teilweise der Fall war. Trotzdem standen in den Adler-Bilanzen teils verzehnfachte Grundstückswerte. Das Vertrauen schwankt, Adler war vor Jahren mal eine ernstzunehmende Aktie. Und ja, heute steht selbst. Kana und seine Familie haben allein in den letzten Monaten Dutzende Millionen Euro durch ihre Anteile verloren. Wir haben Adler natürlich mit all diesen Behauptungen konfrontiert und diese wollen erstmal festhalten, dass sie die Vorwürfe der Short-Seller für aus der Luft gegriffen halten und betonen, dass weder die Adler Group noch ihre Vertreter momentan Beschuldigte eine Strafverfahren sind. Das gleiche gilt auch für die Anschuldigung bezüglich der Umbauversprechen. Bezüglich der Vorwürfe auf die künstlich aufgeblähten Bilanzen hat Adler eine Untersuchung von KPMG Forensik durchführen lassen. Der Verwaltungsratsvorsitzende der Adler Group erklärte nach der Vorstellung des Berichts, dass es versuchten unbotmäßigen Einfluss gab, aber kein Betrug und keine Täuschung vorlagen. Er betonte auch, dass finanzielle Korrekturen, die zwar im Bericht gefunden wurden und aufgeführt wurden, nun korrigiert werden sollen. Joa, aber das ist noch nicht alles. 2022. Kada bekommt die Krise. Denn dieses Jahr endet für die Adler Group mit einem erheblichen Nettoverlust von 1,67 Milliarden Euro, was die finanzielle Situation des Unternehmens noch weiter verschlechtert hat. Aber Adler hat noch ein dringenderes Problem. Wer selber Unternehmer ist, weiß, wie nervig Bilanzen aufstellen ist. Da hilft euch normalerweise eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Aber selbst die haben teilweise keinen Bock mehr auf Adler und spätestens da sollte man hellhörig werden. KPMG, der frühere Prüfer, war eigentlich von einem Gericht dazu bestellt, diese Bilanzen aufzustellen. Diese haben aber eiskalt abgelehnt. Was Adler natürlich in die schwierige Lage bringt und weitere Alarmglocken bei Investoren klingeln lässt. Die Unsicherheit dauerte bis vor kurzem an, bis die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rödel und Partner sich bereit erklärte, die Bilanzen des Unternehmens zu prüfen. Zumindest für die deutsche Tochter Adler Real Estate. Von wie das bei Finanzskandalen so ist, ist die BaFin auch nicht weit. Diesmal aber tatsächlich frühzeitig. Im November letzten Jahres stellte sie fest, dass Adler seine Bilanzen um 3,9 Milliarden Euro, also fast 4 Milliarden Dollar, und seinen Gewinn um 543 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen hatte. Adler hatte gegen diese Entscheidung natürlich Berufung eingelegt. Die Schlagzeilen reißen aber momentan nicht ab. In der vergangenen Woche hat das Handelsblatt von einer Großrazzien über 20 Büros, Wohnungen und Anwaltskanzleien von Adler, Kana und anderen ehemaligen Vorständen berichtet. Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt ermitteln da unter anderem wegen Bilanzfälschung und Untreue. Aber naja, Probleme sind halt auch manchmal nur dornige Chancen und ein Cyril-Entrepreneur wie Kana ist vielleicht in solchen schwierigen Zeiten der richtige Mann an der Spitze. Oder ja, was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Rest bleibt abzuwarten. Das große Finale steht vielleicht erst noch bevor. Was ist eure Meinung? Kann Kana Adler retten oder ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Und seht ihr ihn als Drahtzieher hinter dem ganzen Fiasko? Hier oben findet ihr ein Video von den Kollegen von Die Frage, die haben einen 27-jährigen Self-Wert-Milliardär getroffen und unten gibt's auch ein Video von mir über den anderen wilden Immobilieninvestor, René Benko. Also schaut da mal rein.